Hallo und herzlich willkommen liebe Hearthstone Freunde zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean im Schlachtfeldmodus und wir befinden uns auf dem 5000er Rang und ja, es ging rauf und runter zuletzt, tatsächlich eher runter wie rauf, bin so ziemlich stuck, stuck on 5000. Boah, teilweise richtig frustrierende Runden, Leute, richtig frustrierend. Oh, warte mal, wir haben Wildtiere. Ich probiere den nochmal. Ey, ich glaube, letzte Episode war es, ey, da hat mich das Ding, das war so nice eigentlich, ne? Mit dem Partner entdecken, der Gegner und so weiter, aber das hat mich so überfordert, weil ich gefühlt irgendwie, keine Ahnung, 30 Karten, 50 Gold, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bleibe jetzt, aber im Sinne, in dem Sinne war es so. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Das war viel zu viel. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Weil eigentlich finde ich das eine super nice Nummer. Ich hatte irgendwie das Glück, hier zu entdecken, macht einen Golden, dann habe ich meinen Typen Golden gemacht, dann habe ich immer zwei Partner entdeckt, des Gegners, auf der Hand. Und, und das war, das war krass. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Ich war richtig krass. Ich war richtig krass. Welchen Drachenaspekt mögt ihr am nächsten? Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Entfliegt der Finsternis mit mir! Leichtes Déjà-vu! Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los! Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben! Ich habe ein paar Rekruten aufgetrieben! Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los! Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben! Ich habe ein paar Rekruten aufgetrieben! Ich habe ein paar Rekruten aufgetrieben! Ich habe ein paar Rekruten aufgetrieben! Bereit den Himmel zu beherrschen? Links! Ich habe ein paar Rekruten aufgetrieben! 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 Ich muss mir schnell irgendwie was überlegen! Wie ich die auch buffen kann! Guck mal hier! Was geht ja jetzt schon los? Dass die alle da rein rennen! Und nichts stirbt einfach! Das ist super nice! Mit den Karten und mit dem Gold! Aber ich verliere halt trotzdem! Ich verliere trotzdem! That's it! Und ich hatte den noch in Gold! Und alle Partner in Gold! Und das hat halt einfach nicht gereicht! Hmmm! Und es geht schon wieder los! Das ist ganz wichtig! Es geht schon los! Und wir haben jetzt… Oh ich habe es doch ziehen! der hat natürlich nichts liegen partner habe ich trotzdem so ja wenigstens schon mal ein fünfer dinge liegen muss man feiern ja 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 das ist seltsam befriedigend habt ihr einen plan kommandant es geht ja ja dem so etwas wird etwas alles das dann ist das ich habe so hoch gepokert aber ich muss jetzt mal sachen machen hier bringt mir nur leider nichts weil ich nicht viel mit wiederkehr habe aber das ändert sich ja hoffentlich alter guckt euch an wie close es trotzdem ist der zweite ein diener eurer stufe oh mein gott lol am ende des zuges bekomme ich noch eine einfache kopie das heißt ich könnte instant ein drilling von dem haben oder was auch immer ich jetzt habe auf der hand von dem von allem von allem eine gute wahl davon drilling vielleicht dann will tiere gehen wiederbelebt wieder fertig die überwucherung verbleibt euer plan geht auf schön 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 aber wird es reichen leute das war im letzten game genau so da habe ich auch gedacht vor nice richtig gut und bla und es hat halt einfach überhaupt nicht gereicht weil die halt alle super klein sind und nichts bringen da ich verliere halt übelst hart war in der letzten runde genauso ich habe ein paar neue rekruten aufgetrieben ich muss mich jetzt von den partnern hier mal trennen schade 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 Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Davon Drilling wäre nicht schlecht, denn dann hätte ich Platz für den. Ich muss die leider wegtun, auch wenn das voll cool ist hier reingespült zu kriegen. Das ist schon richtig stark. Ich probiere jetzt nochmal was anderes aus. Nochmal zwei Sechser. Ja, könnte potenziell davon Drilling sein, könnte vieles cooles sein oder ich verkaufe die beiden Stellen, den und den oder nochmal den, ist ja auch ein Bildtier hier und der auch. Und der theoretisch auch. Der ist alles. Jetzt mal gucken. Okay. Oder auch nicht. Oh, es ist close schon wieder. Ja gut, der Dicke, der haut mich weg, ne? Ist halt die Frage, ob ich überlebe. Fünf plus. Boah, neun. Das ist euch. So. Der muss weg. Oh Gott, oh Gott. Okay. Der muss weg. Die müssen auch weg. Das ist mit euch. Das ist mit euch. Gut gemacht, mein Freund. Mal sehen, wie weit es euch bringt. Die Überbucherung verbleibt. Nicht schlecht, ne? Da ist so viel. Nicht schlecht, ne? Ich wette, ihr habt große Pläne für diesen kleinen Diener. Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Eisatem. Damit bleiben diese Diener erstmal hier. Leider nicht. Oder? Boah, der sah auch so riesig aus. Ich dachte, das wäre schon wieder rum gewesen. Vielleicht kriege ich ja doch noch Top 4. Einen solchen Sieg muss man feiern. Drilling. Okay. Dann muss der weg. Und der muss hin. Wiederbelebt. Wiederwärtig. Zweiter von dem. Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Zweiter von dem. Das Licht hat diesen Ort verlassen. Das Licht hat diesen Ort verlassen. der Diener passt perfekt in eure Armee. Jetzt breite die Flügel aus und zieht los. Da ist er. Da ist er. Der nächste Drilling. Aber so weit werde ich es nicht schaffen. Schade. Ich bin wiedergekehrt. Schade. Ich bin wiedergekehrt. Fünfter. Oder vierter. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich bin wiedergekehrt. Ich bin wiedergekehrt. Vielen Dank.